achte ach man kann einmal aufziehen Herr Marcello ach man kann Eisen aufziehen Pass auf dass du nur Granaten wirf schon keine Bombe ich hab nur Granaten in der Kurzweil oben das war eine Bombe von wegen er hat und zwar schon man kann einmal aufziehen das wusste ich gar nicht was bringt es dann bringt es mehr als Koppel Näh ein ich hab keine Ahnung, wo steht das dran? normal auf dem Ding aber das steht beim Eimer nichts dran also der bringt gar nichts Echt? cool dann ist das so gut wie ein Kupferhelm nice sieht voll lustig aus ähm Marcello kannst du mir den Eimer kurz geben dann hole ich schnell Wasser und mach das unten an der Mine dass man da nicht ewig runter muss sondern gleich runterspringen kann dankeschön die gibt der gleich wieder was ist Average Knockback und ähm Wake Knockback? Keine Ahnung Keine Ahnung was was? irgendwas mit Knockback Average Knockback Average Knockback ist ähm Average durchschnittlicher Rückstoß und Weak Knockback ist schwacher Rückstoß also Rückstoß ist wenn Gegner hauscht dass der weiter nach dass der weiter weg ist das ist ein bester plus 5 critical als heim was wie es auch heißt das komische Teil da äh Scharns oder ähm plus 14 Damage was 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 critical und was Damage warte kurz wo bist du? äh unten ah unten ich werd grad gemobbt von nem Zombie stirbt Zombie so straf wieviel Sterne braucht man für einen Manerstern? 10 ok ich bring dir deinen Eimer wieder jetzt kann man bei der Mine runterspringen und stirbt hoffentlich nicht also ich schätze es genug Wasser ich testes mal wiii er hat einen Pfeil geschossen ja also in der Mine kann man jetzt runterspringen und stirbt nicht boah das hoch dauert ja ewig ok Marcelo hier Steinalmer und was also jetzt kannst du mir das eine geben dann kann ich es vergleichen ich hab schon nachgeschaut das ist eigentlich gleich gut mein Holzschwert und mein Kuppersschwert achso jetzt ausgerechnet ok ähm boah du und deine Granaten soll immer so ne geile blaue Bombe schmeißen nein du schmeißt keine Sticky Bombs hier rum so ok ich geh runter in die Mine und wirf sie darum ich komm gleich wieder mit den Candy Cane Blocks nein komm bitte nicht alles aber nicht mehr diese scheiß fixblöcke ja bitte nicht bitte nicht ich verachte diese scheiß Dinger wie das wie geil das aussieht so mhm da geht einer mit meinen ja ich komm auch gleich also wir müssen das halt so machen dass wir zuerst das immer ein bisschen runter meinen wo ist denn jetzt ist mit dem Bier keine Ahnung wow ich komm jetzt auch noch dann wird es eng warte 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 ok jetzt jetzt kannst du runterspringen genau weise jay scheiße nein das ist alles auf mich drauf geflogen wegen was bist du gestorben ich bin auf so ein Holzteil aus der sehen drauf kommen oh ich hab dein ganzes Zeug sein gesammelt nicht alles nicht alles ein bisschen liegt da rum also die Bomben ich schmeiß da alles ins Wasser wenn man runterfällt ja Lesser Healing Potions sauviele Fackeln ich hab keine Ahnung wieviele Fackeln du hattest äh ich hatte den ganzen Stack also 99 hatte ich halt hatte ich nur 14 Fackeln also ich hab mir vorher Schwäche gemacht gehabt dann die wieviele Glow Sticks du hast ja ich weiß da hatte ich auch 95 von ich hab gar kein Glow Sticks gehabt also nicht und einmal Mana ok ich glaub das war alles also einfach runter springen wow da ist das Zeug hey Marcelo hi hi ich kann dich sehen oh man jetzt das das jetzt ist dir das hinterher geflogen aber ich stand im Weg und ich hab's eingesammelt das zum Teil ey da unten ist Eisen jetzt nicht runter springen äh ich hatte aber auch noch Feuerpfeile also ok die hab ich dann ok warte ich geb sie dir gleich weißt du und Holz hatte ich auch noch und so die Dingsbumsis da hatte ich auch noch die Candy Cane Blocks ne ne die kannst du schon jetzt behalten aber ich hatte noch Holz jede ähm ein paar Pfeile mhm ah warte ich geb dir das aus Brandpfeile und die Dinger wo du grad abbaust ich weiß nicht wie die heißen Plattforms ja genau ja stimmt davon haben wir ziemlich viele was war das? ich äh hab übers Gummi bei meinem Headset gestreift was mich am Ohr gejuckt hat ok warte ich schmeiß es da runter oder halt dahin also was war es jetzt? ja so Plattformen, Feuerpfeile und normale Pfeile hatte ich noch normale Pfeile habe ich keine mehr kann ich hier runterspringen? ja dann hatte ich ja aber noch Brandpfeile du kannst runterspringen runterspringen meinen wir Pfeile so also da rechts drum mach mir ja extra das Wasser hin ich komm nicht mehr hoch äh also ich geb jetzt mal 80 dann hab ich noch 100 ja dann dann ups keine Ahnung so ja und bisschen holzen und dann passt schon jo danke ok 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 jetzt kommen wir wieder hoch es ist Tag jay jay so so ich würd sagen wir machen mal so Seitengänge ja und äh geh mal wieder Sachen teilen ja ich hab nix also weil Marcelo hat ein bisschen was ich hab elf Cooper und zwei Iron ok warte ich komm hoch ja ich hatte nicht zwei Jagdstamme ja also ich hab jetzt drei Cooperbahnen zwei einfach alles her schmeißen eh teils auf ok war's das? ja ich hab nix mehr dann ein Cooper für dich ein Cooper für Steven leg das einfach in die Truhe rein bei mir äh ja warte ich behalte's einfach so äh dann ja jetzt haben wir